Hallo zusammen, hier ist wieder euer Gotti und heute präsentiere ich euch mal eine Möglichkeit, wie ihr die Brust und zwar vollumfänglich trainieren könnt, obwohl ihr eventuell Schulterprobleme habt, das heißt diese vor allem schweren Drückübungen und komplexen Grundübungen nicht mehr machen könnt oder auch Probleme mit dem Trizeps oder grundsätzlich merkt, dass ihr bei allen Druckübungen, bei allen Grundübungen, bei den legendären Brustaufbauübungen wie Bankdrücken, Schrägbankdrücken und so weiter in allen Varianten mit Kurzhanteln, mit Langhantel, der Klassiker, aber auch mit allen möglichen Maschinen, ob es jetzt Plate-Loaded-Maschinen sind, Hammer-Strange-Maschinen sind oder eben auch einfach Steckmaschinen sind. Egal was es ist, wenn ihr damit das Gefühl habt, ihr kommt weniger zurück, ihr spürt es im Ellbogen, ihr spürt es im Trizeps, ihr spürt es in den Schultern, aber nicht so richtig in der Brust, dann habe ich jetzt den Tipp für euch und das ist mehr oder weniger sogar ein Revival. Wir nutzen jetzt mehr oder weniger zwei Dinge, machen wir in diesem Video. Wir nutzen jetzt eine altbewährte Technik von dem legendären Mike Menzer und dem Heavy-Duty-Training oder beziehungsweise auch eine HIT-Technik, um zu schauen, was sie uns bringt, wenn wir sie mal in ein anderes Feld transportieren, weil viele von euch fragen sich ja ständig, ist HIT das Training für mich? Ist es ein System, das ich mache statt der anderen Systeme? Ist es besser? Ist es schlechter? Aber eine Lehre, die sich durch all meine Videos zieht, ist ja, dass es aus jeder, fast jedem System und jeder Trainingsart etwas gibt, was man sich rausnehmen kann für sein Training und für angepasste Situationen. Letzten Endes sind es alles Werkzeuge, die ihr habt in einem riesigen Werkzeugkasten und die ihr dann einsetzt und dort einsetzt, wo ihr sie benötigt. So auch das Heavy-Duty-Training. Es geht gar nicht darum, soll man nur noch Heavy-Duty trainieren für die nächsten 20, 30 Jahre. Nein, das muss gar nicht sein. Und unter uns, das hat auch Mike Menzer nicht unbedingt getan. Aber es gibt definitiv etwas, was wir daraus mitnehmen können, was wir daraus lernen können. Und eins davon möchte ich euch heute mal an diesem Beispiel hier zeigen, nämlich an der Butterfly-Maschine, gerade wenn es um die Brust geht. Dadurch, dass es eine Isolationsübung ist, haben wir sowieso schon etwas weniger Belastung, weil vor allem weniger Gewicht auf so manch ein Gelenk. Das bedeutet, dass wir vor allem in dem Ellbogengelenken, weil die sich kaum bewegen müssen, etwas weniger Belastung haben und natürlich grundsätzlich weniger Belastung auch auf die Schultern, weil wir nicht so viel Gewicht benutzen können. Beim Bankdrücken, dadurch, dass der Trizeps mit involviert ist, die Schultern etwas mehr involviert sind, haben wir natürlich mehr Kraft, müssen deswegen auch mehr Gewicht benutzen. Hier bei Isolationsübungen ist es grundsätzlich so, dass wir weniger Gewicht benutzen, weil nur die Brust, deswegen auch Isolationsübung, mehr oder weniger dabei ist. Die vorderen Delta kann man nicht ganz rausnehmen. Ich habe zwar mittlerweile das Gefühl, dass ich den kaum noch mit benutze, aber faktisch muss er eigentlich mit drin sein. Das ist der eine Faktor. Dann haben wir noch einen zweiten. Wir verlangsamen die Übungsausführung. Das bedeutet, wenn wir eine höhere Time Under Tension, eine höhere Tut haben, werden wir auch automatisch weniger Gewicht benutzen. Auch hier wieder weniger Gewicht, weniger Schaden für Gelenke und dergleichen. Mehr Konzentration auf den Muskeln. Was ihr vorher macht, ist natürlich gutes Aufwärmtraining. Zum Aufwärmen gibt es schon Videos auf diesem Kanal. Schaut gerne vorbei. Schultern gut aufwärmen. Und gerne auch dann spezifisch schon mal die Brust aufwärmen. Das könnt ihr machen, indem ihr euch von 30 Wiederholungen runterarbeitet beim Butterfly, bei der Maschine, wo ich gerade bin, bei der fliegenden Maschine. Und dann zwei, drei, vielleicht sogar vier Sätze davon macht, dass ihr wirklich einen Pump in der Brust habt. Und dann geht es los. Und jetzt, wie gesagt, zwei Dinge macht ihr. Ihr benutzt das Ganze langsam und ihr benutzt das Ganze sehr konzentriert. Das heißt, wir stellen hier ein Gewicht ein, mit dem ihr so um die normalerweise vielleicht zehn bis zwölf Wiederholungen schaffen würdet, wenn ihr normal trainiert. Und denkt dran, das hier ist jetzt nicht die zweite, dritte Übung oder sonst was. Das hier ist jetzt ziemlich die einzige Übung. Es geht darum, dass ihr das Bankdrücken ersetzt. Und schaut einfach mal, was dann mit der Brust passiert. Ich zeige euch jetzt mal einen Satz, der auch noch verschiedene Intensitätstechniken benutzt, um die Brust maximal auszulasten innerhalb von ein paar Minuten. Wenn wir ganz langsam vorgehen, habt ihr auch noch mehr Kontrolle über den Körper. Das heißt, ihr müsst das Gewicht so niedrig einstellen, ich wursche jetzt mal einen Halt hier fest, dass ihr diese Kontrolle auch habt. Das unterschätzt nicht. Das Gewicht wird echt wenig sein. Denn sonst könntet ihr nicht so langsam, wie ich es gerade gemacht habe, fünf, sechs, vielleicht sogar sieben Sekunden lang in der positiven Wiederholung machen. Aber dadurch könnt ihr euch immer wieder korrigieren. Sonst passiert es durch die dynamische Bewegung, dass ihr vielleicht mal etwas zu weit nach vorne kommt mit der Schulter. Jetzt habt ihr so viel Zeit, währenddessen nachzudenken, dass ihr immer wieder in der perfekten Position bleiben könnt. Ihr kommt hier zusammen, haltet es zwei, drei Sekunden lang. Und dann langsam zurücklassen. Tief einatmen dabei, Brustkorb öffnen. Brustkorb offen lassen, Brust vorne lassen und ganz langsam wieder zudrücken, bis ihr wieder in der Spitzenkontraktion seid. Halten, halten. So, und ich spule jetzt mal ein bisschen vor und spiele ein bisschen. Ihr kommt zum Schluss nicht mehr weiter und haltet und haltet. Es geht nichts mehr. Ihr versucht alles. Kurz entlasten. Wenn ihr einen Trainingspartner habt, kann er euch jetzt helfen. Gerne zwei, drei Intensivwiederholungen, wo der euch ein bisschen hilft. Dann seid ihr platt. Das reicht schon. Wenn nicht, macht ihr so eine lange Pause, wie ich es jetzt gerade gemacht habe. Und direkt weiter. Es wird höllisch brennen, aber trotzdem langsam runterlassen. Ganz langsam. Dieses Brennen heißt es zu bekämpfen. Und jetzt Dropset. Ich habe so auf zwei Drittel runter gemacht und das Ganze wieder von vorne. Ich habe so auf zwei Drittel runter gemacht und das Ganze wieder von vorne gemacht und das Ganze wieder von vorne. Ich habe so auf zwei Drittel runter gemacht. So, der Groschen könnte gefallen sein. Jetzt könnt ihr folgende Techniken auch noch benutzen, um einfach besser reinzukommen. Es geht darum, maximal euch in die Brustmuskel einzufühlen. Ihr seid die ganze Zeit mental da drin. Hier vorne in der Spitze. Spürt ihr ihn mehr brennen? Gut. Spürt ihr ihn weniger brennen? Nicht so gut. Das heißt grundsätzlich nochmal im Schnelldurchlauf Schultern nach hinten und nach unten. Brust raus und die ganze Zeit draußen lassen, sodass die Brust auch wirklich vorne ist. Nicht die Schultern vorne sind, sondern die Brust vorne ist. Und so macht ihr die Bewegung. Das Ganze so einstellen, dass ihr die Hand auf Schulterhöhe, na kurz unter Schulterhöhe hört. Eine Hand unter Schulterhöhe, hier vorne und nicht irgendwo hier oben. Das sollte eigentlich so grob eure Position sein. Und dann könnt ihr auch folgendes machen. Ihr könnt am Anfang, am Ende, wann auch immer, wenn ihr hier vorne schon seid, nach sieben, acht Sekunden, auch gerne mal nur ein bisschen zurückgehen und eine Teilwiederholung machen. Wieder in die Spitzenkontraktion. Und eins. Und zwei. Und drei. Dass ihr hier vorne bleibt. Spielt ein bisschen rum. Wenn ihr es in der Mitte besser fühlt, macht es mal in der Mitte. So, dass ihr durchgehend das macht. Davon um die sechs, acht Wiederholungen hintereinander schafft. Mit dieser Time Under Tension, mit dieser Zeit. Wirklich acht, vielleicht sogar zehn Sekunden aufwärts. Aufwärts, dann ganz langsam zurück. Dropsets mit einbaut und so weiter. Macht davon vielleicht insgesamt drei Durchgänge. Und dann wird eure Brust so schmerzen. Wenn ihr das nicht erreicht habt, dann habt ihr irgendwas falsch gemacht. Dann müsst ihr noch besser reinkommen. Dann sollte sie so schmerzen, dass ihr eh keinen Bock mehr habt. Und dann reicht es auch. Probiert das mal aus. Das ist ein einziger Satz. Ja, gut, das ist ein Kombinationssatz. Es sind Intensivwiederholungen drin. Aber mehr oder weniger ist es auch nur diese eine Übung. Und das sollte es gewesen sein. Oft ist es so, wer das richtig trifft, der hat zwei, drei Tage Muskelkater. Wie nach einem kompletten Brusttraining. Und genau das ist die Aussage von Mike Menzer. Mehr ist gar nicht nötig. Da fragt man sich ja oft, wozu dann überhaupt noch eine Dreiviertelstunde die Brust trainieren mit 10 bis 20 Sätzen, wie es viele machen. Ja, und das ist eben ein Indiz dafür, ist gar nicht nötig. Jetzt werden damit manche besser aufbauen und manche schlechter aufbauen. Aber alle werden etwas über ihren Körper lernen. Alle werden etwas darüber lernen, wie der Muskel arbeitet. Und alle werden ihren Körper einen Schock versetzen. Egal, ob sie während dieses Schocks schon aufbauen oder erst sechs Wochen später wieder. Alle werden ihrem Körper etwas beibringen, nämlich so eine Muskelspannung zu halten. Und das solltet ihr auch mal im Fokus sehen. Manchmal macht man einen Trainingsplan, innerhalb dessen man weniger aufbaut. Aber wodurch man danach, wegen dieser anderen Reizsetzung, wieder umso mehr aufbaut. Entweder mit dem alten Trainingsplan oder mit einem ganz anderen. Sowas nennt sich auch ein Makrozyklus. Es soll nicht zu kompliziert sein. Eigentlich geht es ja darum, es weniger kompliziert zu halten. Ihr schafft es in fünf Minuten, die Brust komplett zu trainieren. Und wie gesagt, es ist nicht ein Konkurrenzsystem. Nutzt es mal, wenn ihr sowieso schon Schulterprobleme habt bei den großen Drückübungen. Wenn ihr es nicht so gut beim Bankdrücken spürt und so weiter. Wenn euch so ein Video gefällt, lasst es mich wissen. Und ich bin sehr auf eure Erfahrungen gespannt. Schiebt es mal ein. Aber nicht als zweite Brust-Einheit oder sowas. Seid so mutig. Ich kann immer nur wieder appellieren. Seid so mutig. Und lasst das Brust-Training sausen. Wisst ihr, was die meisten von euch tun werden? Die machen diesen einen Satz, sind total K.O. Aber dann kommt das schlechte Gewissen. Das war jetzt nur ein Satz. Sonst mache ich doch zwölf oder 15 Sätze für die Brust. Ach komm, zwei Übungen mache ich noch hinterher. Ist ja nicht so schlimm. Dann ist das nicht so das wahre Experiment. Geht diesen Satz genau so an. Danach gibt es keine Brust mehr. Und holt alles raus. Quält euch. Killt sie damit. Nur dann schafft ihr es. Alles andere ist, selbst wenn ihr dann mehr macht, dann seid ihr eigentlich die Verlierer dabei. Wer das innerhalb alles rausholt, innerhalb von wenigen Minuten, der hat es geschafft. Und das tut weh. Das ist so ein bisschen wie für ein paar Minuten durch die Hölle gehen. Lernt das. Tut euch diesen Gefallen und lernt für eure gesamte Bodybuilding-Karriere dadurch etwas. Und steigert euch da rein. Erst sechs Wochen werdet ihr das besser können als in der ersten Woche. Probiert es einfach mal aus. Richtig lange ausprobieren wäre eben mindestens sechs Wochen. Zumindest mal für eine Trainingseinheit, wie sich das anfühlt, wird das keinem schaden. Abonniert den Kanal, verpasst kein Video mehr, schaut euch mal die anderen Videos an, lasst mir einen Kommentar da, wie euch diese Übung gefallen hat und was es euch bringt. Und wenn ihr mehr dazu wissen wollt, wenn ihr auch mal andere Übungen damit haben wollt, schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr jetzt mal mehr über Intensitätstechniken erfahren wollt, dann schaut euch direkt dieses Video hier an. Direkt weiterschalten. Dort lernt ihr mehrere Intensitätstechniken kennen. Abgesehen von der Intensivwiederholung von einem Partner, Dropsätze, Supersätze und auch Pausenreduktionssätze und so weiter. Also im Prinzip alles, um maximal alles rauszuholen. Direkt weiterschauen.